Okay, also ich kann jetzt mehrere Sachen machen. Ich kann gehen, ich kann meine Helden angucken, ich kann auf den Markt gehen, Map, die Brücke zerstören oder zur großen Halle gehen. Ich guck mir mal meine Helden an. Die Sache ist halt, ich hab nicht mehr so viele Leute dabei. Ich könnte Rook aufleveln. Ich würde es gerne, wenn ich 20 ansehen hätte. Okay. Ich habe Hogun und Mogun. Ich hab Onef, den muss ich jetzt auch mal irgendwie leveln. Noch irgendwie. Ich habe Krumre, der kommt safe nicht mit. Fasold kommt auch safe nicht mit. Ich hab niemanden, den ich hier aufleveln kann. Aleth müsste ich auch mal ein bisschen leveln. Die Sache ist halt bloß, das sind natürlich wieder die Leute, die immer nur hinten stehen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt eigentlich irgendjemand von denen... Ich hab von denen wenigstens keine Items an irgendwen gegeben, sondern nur den Leuten, die hier so sind. Habe ich noch was? Was ist denn das? Narwalhorn. Auf einen gefrorenen See überfallen wurde, hat der Gott Marek ihnen angeblich die Rettung geschenkt. Okay, cool. Das ist 1 Rüstungsverdringung. Sind die wenigstens ausgerüstet? Ich gehe da mal in die große Halle und rede einfach mal mit dem Chef von denen. Äh, ja. Du wirst tun, was ich sage. Ich bin nicht hier, um zu streiten. Ich teile dir mit, dass wir mittlerweile täglich zu Dutzenden sterben. Das Beste hast du mit Harkon weggeschickt. Was erwartest du, wie lange wir durchhalten? Du wolltest dieses Kommando haben, Fasold. Lass sie nicht über die Brücke kommen. Fasold geht gerade, als du kommst. Nicht gerade der ideale Zeitpunkt, denkst du. Danke für deine Audienz. Ich habe deinen Namen vergessen. Rook. Rook, wie geht es Ingvar? Wird er überleben? Ich glaube schon. Wenn ich Ingvar richtig in Erinnerung habe, hat er dir nicht gesagt, warum er Brüller entgegengetreten ist, oder? Nein, er wählt die... Das würde mich interessieren. Nein, er wählt die Dinge für sich. Ja, das klingt vertraut. Ingvar hat in seiner Jugend in den großen Krieg einen Sünder gestellt. Er hat den Kampf gewonnen. Das haben die Magie getan und sonst niemand. Er hat bewiesen, dass wir stärker sind. Vielleicht wollte er es wiederholen. Ivar hat einen Sünder getötet? Wie ist er in Skogre gelandet? Das musst du schon selbst aus ihm herauskriegen. Ich weiß es nicht. Er ist verschwunden, als der letzte König versucht hat, ihn zum Kendre zu ernennen. Dir wird klar, dass Jorund in dem Fall nicht auf den Thron gelangt wäre. Aber was machst du hier, Rook? Fass dich kurz. Ich bitte um Hilfe beim Einreißen der Brücke. Es tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich sollte gehen. Ich biete meine Hilfe beim Einreißen der Brücke an. Mann, wenn noch einmal jemand diese Brücke erwähnt. Jorund, das Stimme ändert sich schlagartig. Wenn du sonst nichts zu sagen hast, dann raus aus meiner verdammten Halle. Was ist denn so wichtig an dieser Brücke? Jeder Mensch, den ich je getroffen habe, hält sich für den Göttern ebenbürtig und fühlt sich auf, als käme es nur auf ihn an. Ich bin über 400 Jahre alt und weiß nur, dass ich wenig weiß. Du bist ein Kind, ein Säugling, aber du weißt alles. Hör zu, Mensch. Diese Geschichte handelt nicht von dir. Wenn du heute von der Brücke sprengst, würde sich die Welt nicht ändern. Jetzt hilf entweder Fassard, sie zurückzuerbern, oder verlass meine Stadt. Mist, egal wie du dich entscheidest. Die Wachen beeilen sich, dich aus der großen Halle zu führen. Du lässt es geschehen. Okay, also. Ich kann auch einfach gehen. Die wollen ja alle kämpfen. Avent nickt, als du ihm sagst, dass du bei dem Zerstören der Brücke hilfst. Erinnert dich an den Plan. Du musst ihn auf die Brücke bringen und ihm die Zeit geben, zuzuschlagen, bis sie fällt. Du musst alle zurückhalten, die ihn aufhalten würden. Hüter und Wahl gleichermaßen. Bist du bereit, will er wissen? Noch nicht. Ich muss mich vorbereiten. Wenn ich gehen will, Avent soll frustrieren und lässt die Faust gegen eine Wand sausen. Als er beschließt, zusammenzupacken und aufzubringen, bist du sicher, dass du mir nicht auf der Brücke helfen wirst? Das Schicksal eines ganzen Volkes steht auf dem Spiel. Ich weiß, sehr kooperativ waren sie nicht. Er sieht in die Augen. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sollen sie wirklich Geschichte werden? Sie haben ihre Wahl getroffen. Wir bekräftigen das Angebot, aber wir müssen gehen. Ich denke nochmal drüber. Ach, damn it. Das ist halt so ein Abfuck. Komm, ich lasse den Würfel entscheiden. Von 1 bis 10. Wir gehen. Von 11 bis 20. Brücke zerstören. 14. Wir zerstören die Brücke. Ich denke nochmal drüber nach. Komm, ich zerstöre diese verdammte Brücke. Wir sind bereit. Du folgst Avent auf die Brücke, wo die Wahl aufgereiht auf den Kampf warten. Sie lassen dich bereitwillig in die nächste Gruppe neugierig, wie wohl ein Magier kämpft. Wenn du ein paar getötet hast, fange ich an, flüstert Avent. Okay. Ah, Krumere. Ich fasse heute, der heilt halt was aus. Und Krumere, der haut halt rein. Die beiden bringen mir halt aktuell gar nichts. Komm. Hast du die beiden raus? Äh, bereit. Ach, damn it. Ich hab wahrscheinlich selbst die falsche Entscheidung jetzt getroffen, aber. Oh, da ist so ein Commander dabei. Okay, ich bin bereit. Okay. Ich bin bereit. Lichtbogen, komm. Mit 21. Er kann halt nur vier Rüstungsschäden. Ne, er kann drei Rüstungsschäden machen. Ach, damn it. Weil er kommt halt nicht über die Rüstung von denen drüber. Von den Großen. Komm, ich lass die noch rasten. Neckern. Komm, fass heute. Ein Schaden gegen Rook. Komm, ich lass ihn da hinlaufen. Dann haben die hier einen Schildwall. Das hab ich tatsächlich gerade nicht so ganz mit, nicht so ganz bedacht. Dass die hier den Schildwall bilden können. Okay, er kann sich jetzt nicht allzu weit bewegen. Lass ich ihn jetzt da hin gehen. Gehen auf den Magier, dann greift Rook den Großen an. Macht ihm Rüstungsdamage. Okay, also er haut auch auf seine Freunde ein. Das ist schon mal gut. Dann mit dem Lichtbogen wieder auf ihn. Au. Ah, jetzt weiß ich, wie das mit Diagonal ist. Damn it. Ich hab mich gerade selber voll ins Gesicht geschlagen eigentlich. Ah, damn it. Ne, 20% Schaden. Oh-oh. Oh-oh. Boah, sieben Schaden gegen den Großen Macht schon, das ist schon gut Okay, Rook, wenn er da hingeht, kann er auch auf die schießen Aber dann greift Rook tatsächlich, oh wei, der hat 14 Rüstungen Ah, schieße gegen den da Dann mache ich nochmal den Lichtbogen auf ihn Und ich hoffe, der trifft den dann diagonal Ich hoffe nicht, dass er den hier trifft Ne, er trifft den nicht Gut Okay, er macht wieder die Stimmgabel Ja, er kann ihn aber nicht töten Ich muss es aber versuchen Scheiße, er kann sich nicht so weit bewegen Dann ruft er jetzt noch einen herbei Dann schiefe ich erstmal den weg Er hat jetzt safe auf Avent Er hat nicht genug Willenskraft Okay Wie viel Willenskraft braucht er zu reparieren? Ah, einen Punkt Okay Nice Okay, das war schon mal gut Okay, Pillage Ihr seid immer so weit weg Mogun Komm, Rook Baller ihm hier Mit seinem Stab Na komm Dann kann er nicht mehr so hart draufhauen Jetzt kommt dein Zug Nice Okay It's your turn Sieg Die Vereine sind tot Dein Ansehenden zu Grumur kann befördert werden Mogun wurde im Kampf verletzt Neun Ansehen In einer Kampfpause beginnt Avent damit Einen der Brückenpfeiler mit Blitzen zu bestreichen Güter reagieren verwirrt Und ziehen sich aus dem Gebiet zurück Dann werden die Wahlen auf euch aufmerksam Was macht ihr denn da? Ruft Fassold Zahlreiche Wahlen sehen jetzt herüber Avent konzentriert sich ganz auf seine Aufgabe Seine Blitzschläge steuert ein Trümmer hoch Halt Rütt Fassold Und zieht die Waffe Die anderen folgen seinem Beispiel Und sind Kampfbeirat Avent verteidigen Bleib dicht bei mir Sagst du den anderen Und ziehst die Axt Aleth zittert so sehr Dass du es aus der Entfarnung sehen kannst Mit einem Schreigreif Fassold an Oh der mit Ich nehm Ohnef mit rein Aber ihn nehm ich raus Ich will nicht dass er stirbt Aber Rook Kann hier Der wird jetzt befördert Bestätigen Genau Hier plus 1 Stärke Rüstungsstärke Willenskraft Was macht hier plus 1 aggressiv Ich weiß nicht was aggressiv bedeutet Über Punkte Ne Werte werden verbessert Achso das ist das andere Rüstungsschaden Rüstung bei Rast Aggressiv Plus 1 Stärke Hier lenkt der Stärkeschaden Plus 2 aggressiv Ach komm nehm ich den Nehm ich den Rüstungs Schaden den er machen kann Ja bestätigen Ich glaub das braucht er jetzt alles Ach komm Ach komm Dann macht er mehr Armband Ohnef bisschen nützlicher Dann geh ich in den Kampf rein Oh Gott das sind einfach ne menge Ich hab'n nehm ich den Rüstungsstärke Ich hab'n nehm ich den Rüstungsstärke Ich hab'n nehm ich den Rüstungsstärke Richtig stark jetzt Okay er nutzt den Provokateur Scheiße Arlette könnte halt einfach den Durchschuss einsetzen Aber damit trifft sie halt auch ihn Aber sie kann ihn halt auch komplett aus dem Kampf rausnehmen Nehm ich den Geschwächten erstmal aus dem Kampf raus Die kann auch befördert werden Das finde ich gut Wie ist denn das jetzt mit diesem Pfeil Ach ne die macht da ja solche Pfeilen hin Was ich halt richtig Na schlecht finde eigentlich Also sie kann nur den angreifen Fünf gegen die Rüstung Das Gute ist sie blockieren sich halt alle gegenseitig Die Wahl Acht gegen die Rüstung Jetzt kommt auch neuf dran Boah er könnte einfach diesen einen Schitzleitenmuster Diesen Durchlaufding machen Bei dem da vorne Komm Auch wenn ich ihn damit Vielleicht opfern muss Ha Zack So von hinten Blutpflege Komm Zwei Alett Oha 14 Schaden Holy shit Aber ich nehm den aus dem Kampf Den ich natürlich Der am geschwächtesten ist Zwei Vier Der greift ohne F an Nehm ich den raus Oder nehm ich Ach der mit Ja ich geb Rook hier zwei Und dann Au Das Menschen halt die Wahl besiegen Das ist halt auch was Das ist auch so ne Sache Die Färten ohne F Ah ok Ohne F ist halt gegen die mit Rüstung halt Komplett Useless in manchen Punkten Er kann halt aber auch nicht den Durchlauf benutzen Er kann das nur bei ihm machen Na komm mach ich das bei ihm Er macht damit mehr Schaden Als er normal machen würde So Das war klar Komm Blutpflege Stufe zwei Er hat aber keine Rüstung mehr Ah scheiße Aber Alett Los Er ist down Rook ist hier jetzt der neue Rüstungsbrecher Hab ich gehört Er war wenigstens eine gute Ablenkung Ich geh jetzt mit Rook dahin Und greif ihn jetzt für neun an Damit er raus ist Komm ohne F Er merkt halt einfach Dass er halt Stufe 1 ist Ach der Arme Rook Komm Alett Komm Alett Du schaffst das Die gehen halt alle auf Rook Natürlich Oder greift sie ihn an Oder greift sie ihn an Komm für sieben Oh Oh Boah man Ich hätte es nicht gedacht Dass ich das schaffen könnte Oh Arme Alett Oh Arme Alett 2 2 Komm 3 Ohne F Komm Und Alett Killsteal Go Die Feinde sind die Tod zu seinen Füßen liegen Das ist halt Alett kann befördert werden Ich weiß nicht Ob ich dafür eigentlich Hier Ding bekommen würde Mogo nur den Kampf verletzt Darf ich Also ob ich Also von dem Ansehen Würde ich mich zurück Würde ich mich zurückhalten wollen Okay Also Rook der Bar liegen zu deinen Füßen Ihr Blut an deinen Händen Ein ohrenbetäubendes Krachen Reißt dich aus einer Aufkeimenden Abscheu Und plötzlich Eid Aivin vorbei Lauf Das Mauerwerk hinter dir Fällt in sich zusammen Und wie die Wahl Läufst du um dein Leben Während die Brücke In den bodenlosen Abgründen stürzt Die Wüter Die nicht mitgerissen wurden Kriechen übereinander Um dem Abschluss zu entgehen Als Staub und Schnee Sich gesetzt haben Siehst du zwischen euch Und den Wütern Nur noch gehenden Abgrund Da werden sie so schnell Nicht rüberkommen In diesem Moment Wirst du von einem Wütenden Mob von Wahl gepackt Sie schleifen dich In die große Halle Oh mein Gott Ah Habe ich Nicht nur eins Von dir verlangt Joron erhebt sich Vom Thron und zeigt Mit einer Axt in deine Richtung Du hast das Bündnis gebrochen Menschen Äh Mensch Menschen und Wahl Sind keine Freunde mehr Jetzt muss ich schon Ein bisschen anderen Ist das mein Lohn dafür Dass ich Menschen Nach Einertorf Gelassen hab Gibt mich der ganzen Menschheit die Schuld dafür Hinten in der Halle Gibt es Unruhe Die Wahl Teilen sich Vor einer dunklen Gestalt Die in den Raum betritt Oh Ivor Nur mit einem Arm Joronre Genug Dieser Kampf War nicht zu gewinnen Sie haben getan Was ihr nicht tun wolltet Schluss mit dieser Unverfrorenheit Ich will dass diese Leute Meine Stadt verlassen Du würdest Frohgemut Unser ganzes Volk Sterben lassen Mit Frohgemut Hat das nichts zu tun Morgen werden keine Wahl mehr gemacht Und in tausend Jahren Auch nicht Es gibt nur noch uns Und wir werden Eines Tages Alle fort sein Ihr habt zerstört Was wir geschaffen haben Was ist sonst noch Von uns übrig Soll wir keinerlei Spuren hinterlassen Soll es sein Als hätte er uns Nie gegeben Es sind nur noch Ruinen übrig Jetzt verschwindet Aus dem Was von meinem Land Und von meiner Stadt Noch übrig ist Und kehrt nie zurück Die Wachen schleifen Dich grob aus der Großen Halle Deine Karawane Hat sich hastig bereit gemacht Kapitel 6 Die Hügel Aus unseren Knochen Ja gut Dann würde ich aber Jetzt dann gleich Das Lager aufschlagen Weil wir spielen Jetzt dann gleich Pen and Paper Und ich kann dann nicht Ich hab nicht mehr So viele Vorräte Dann würde ich an der Stelle Sagen Ich mache hier einen Break Und dann mache ich Nachher weiter Ja und dann Bis Später Und dann mache ich es